So, wir brauchen übrigens 325.000 Aufrufe, das muss eine Banger-Runde jetzt werden. Wir dürfen hier nicht reinscheißen oder so, viele Clips, viel ihr, ne? Wir müssen die Kameras ganz dringend wieder mit rausbringen, ihr wisst, wie es funktioniert. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Für Fortnite. Ach nee, Fortnite spielt man in den Proben, ne? Ich bin doch draußen, ihr Dullis! Ich hab die Kamera, ihr Arschkinder! Hallo, wir sind's, ich bin Renn und wir machen ein neues Video. Ja, er geht nicht zu weit rein. Ja, 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 genau deswegen. Das wird nicht einfacher hier. Ey, wir gehen sehr weit runter, gerade, ne? Oh nein, der kommt immer raus, 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 der schmeißt Granaten! Oh, scheiße. Granate! Oh Gott, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Medik! Braune Granate! Ich bin tot! Ja, ich hab' gut. Haben wir die... Ah! Den ersten hat's erwischt! Er hat zwei schon. Wir müssen die Kamera nehmen. Wir müssen die Taschenlampe holen. Ich dachte mal ein Kameraträger. Oh Gott, Alter, das kann ja was werden. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir müssen die Kamera gleich wiederholen. Oh mein Gott. Ja, den musst du dann einschleimen am besten, oder, Chad? Oh, was ist das denn? Ja, das wird ja eine Bängerrunde, Alter. Och nee, ey. Ich will nicht schon wieder bei 300.000 Aufrufe verkacken, dann. Der ist stuck, der ist stuck. Ich glaub auch. Ja, aber fahren ist egal, weil, also, fahren bringt ja nichts, weil sterben und fahren kommt aufs Gleiche raus. Weil die Cam ist eh da drin. Ja, also... Unsere erste Runde war grandios. Wir können den Kanal jetzt schon zumachen, tatsächlich. Wir haben gar keine Aufnahme. Das heißt, wir haben einen Tag full waste. Wir dürfen in so einer hohen Runde nicht so tief da reinlaufen. Das ist komplett dumm, was wir machen. Aber das eine Ding ist halt aber auch richtig shit, Alter. Ja, ja, aber wir müssen irgendwie am Schiff bleiben. Aber meinst du nicht, wenn wir diesen One-Shot-Typ da filmen, dass wir richtig Klicks bekommen? Ja, ja, aber wir müssen den irgendwie festsetzen mit so einer Glibbergranate oder so. Aber wir haben jetzt halt nichts mehr. Wir haben nicht genug. Und wir müssen jetzt halt auf jeden Fall trotzdem die Kamera holen für ein paar Klicks. Wir gehen ja jetzt auch ohne Taschenlampen rein, ne? Nice. Sorry, Leute. Wir sollten nicht weit weg vom Spawn. Ja. Sorry, Leute. Heute kein GTA. Ach, Mann. Party, danke für den Resub. Nee. Nein, wir haben 20 Dollar. Eine Taschenlampe. Ja, hol eine Billotaschenlampe. Hier liegt noch eine. Oh. Ja, die hat jetzt noch 21 Prozent Akku. Die waren hier drin, ne Kacke. Ja, du kannst hier aufladen gehen. Wo? Hier rechts. Aufladen gerät. Ich sag, der Kanal ist jetzt schon gestorben, Alter. Nein, nein. Hör dich so niggas schieben. Oh, der Kanal ist gestorben. Wir machen gute Shorts und dann passt das. Oh, der war fort. Wir machen noch die Schmerzen. Ach ja, okay. Wir sind nichts Tages vor, wo wir gerade waren. Okay, wir müssen beeilen. Rushen. Rushen. Das wird richtig schwierig. Okay, alles klar. Mixer. Scheiß auf Rush. Scheiß auf die andere Kamera. Wir machen hier einen Film. Hallo, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Spucktüb-Kanal. Das ist ein Mixer. Das ist ein Mixer. Das ist ein Mixer. Man weiß es nicht. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach hier campen, bis die alle kommen? Ja, 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 müssen wir fast. Ja, damit die wieder ins Dings reinrennen. Ja, wir müssen dann schnell... Ja, spoiler, der Dicke kann in... Der Dicke kann in... Wir müssen die im Zweifel ein bisschen kiten oder so dann. Wir müssen hier ganz in der Nähe bleiben. Ja, einer muss sich auf... Also, wenn die wirklich kommt, dann muss sich halt einer aufwarten. Ja, ist egal. Der Mixer. Hallo, Mixer. Oh, au. Verkackt, du Idiot. Okay, da kam das Geräusch für nächstes Monster, oder? Warum ist hier eine Party? Nice. Immer noch der beschessige Mixer. Oh. Oh, Alter, der hat mich fast one-hitted. Die machen richtig viel Schaden jetzt. Ja. Oh, mein Gott. Hat der Schwung gerade noch nicht gekriegt? Nein. Ja, jetzt kann man den Kanal zumachen. Oh. Nein. 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 Wir fangen also mal wieder von vorne an. Oh, mein Gott. Ich hab... Ich, Digga, ich krieg Spimpanellen, Alter. Ah, die Geister! Ah, die Geister! Ah, die Geister! Ah, die Geister! Ja, warum... Warum... Äh... Laufen die denn noch da rum? Wir haben nun keine Kamera mehr. Nicht mit mir! Ah, ich glaub, die wollten sich angucken, was es sonst noch für Geister gibt. Also... Hammer. Ich bin einfach runtergelasert. Oh, ey, ich hab... Wirklich, ich bin richtig sauer. Dass man aber auch nicht wechseln kann, wen man spekt... Ah, doch, kann man. Kann man mit D. Er hat jetzt kann man zugucken, er wollte noch andere Monster angucken. Irgendwie cool. Ja, aber der Spielstand ist halt schon wieder im Arsch. Ja. Ja, der ist tatsächlich jetzt schon wieder im Arsch. Ja, der ist tatsächlich jetzt schon wieder im Arsch. Ja, der Anlag hier, dass du runtergekickt wurdest. Ja. Keine Ahnung, was muss hier noch... Die Reflexe muss man erstmal haben, in dem Moment die Kamera... Spann doch, man sieht einfach nur in Schwarz. Ich muss sehen, dass der irgendwo entlangläuft. Ich glaub, da kann er hoch... Gesterb? Ah, nee. Ich kann nicht gut zu sterben. Du kostet Geld, obwohl wir haben gar kein Geld. Der Spielstand ist im Arsch, der kann einfach wegfliegen. Ich versuch, mich umzusehen. Na, Kamerakunde ist das einmal für uns, damit wir in Zukunft wissen, was hier so los ist. Ich hätt ne Idee, wie wir den Spielstand retten können. Sollen wir versuch... Ja, warum fliegt Kamer nicht einfach weg? Das ist doch komplett Time-Waste jetzt. Ja, ich darf nicht. Das ist doch nichts. Hallo! Ich bin hier! Oh, ach ne, ich war schon fast da. Hä? Stirbt der nicht? Hey, Jo, was geht, Alter? Amo! Okay, pass auf, ich hab ne Idee, wie wir das retten können. Jetzt bin ich gespannt. Ich probier was. Was probierst du denn bei uns allen? Ich nehm jetzt gleich die Kamera in der nächsten Runde, wir können das ja eh nicht mehr schaffen. Ich mach so viele kurze Clips, dass die Verarbeitung von dem Video auf jeden Fall bugt und der uns über den Bug die Aufrufe gut schreibt. Das ist der Plan. Alles klar, okay. Mach einfach ganze Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Genau. Einfach so ein Clickbait. Aber willst du dann nicht wenigstens an, aus, an, aus, an, aus auf nem Monster machen? Ja, das kann man schon, äh, machen, aber... Und dann schreien wir, genau. Ja, ja. Ja, genau. Und dann, ähm, hoffen wir, dass der Upload nicht, äh, geht, weil wir einfach, das... Oder wir schreien halt so gut, dass wir einfach die 325k mit einbauen, ähm, im Video machen. Ja, ich glaub nicht, dass das funktioniert. Ja, wir schreien uns. Hallo. Wir lassen uns einfach jetzt hier an der Türe bleiben. Willkommen auf dem Kanal. Wir machen heute Shorts. Ja. Oh nein, der Laser-Dude, der Auto ist ein Monster, guck mal, oh na ja, normal Bruder. Untertitelung des ZDF, 2020 Also wenn das nicht backt, weiß ich auch nicht. Es wird richtig unangenehm anzugucken gleich. So, daraus machen wir jetzt einen Film. Mal gucken, was passiert. Offenlich sind das zu viele Clips. Und deswegen schreibt Spooktube uns aufgrund eines technischen Spooktube-Fehlers einfach die Aufrufe gut. Bitte keine CD, bitte keine CD. Oh, ich hab wirklich Bock auf den Film. Bitte keine CD. Ich hab schon gesagt, die haben bestimmt Bugfix gemacht. Bitte keine CD. Und wir gucken uns gleich klick, 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 klick an. Oh nein, eine CD. Nein. Och nein, eine CD. Sagst du, wird das jetzt eher so ein Scary Movie? Ja, das wird jetzt ein gutes Video, Alter. Willkommen auf dem Kanal. Wir machen heute Chorps. Oh nein, es geht nicht. Oh nein, es geht nicht. Angenehm zum Zuschauen. Guter Film auch. Spannend fallen. Ich glaub, damit schaffen wir 400k. Mindestens. Ich wär froh, wenn wir auf 25 kommen. Ja, wenn wir zwei Kameras verlieren, geht das nicht. Wir müssen halt bei der Stufe wirklich an dem Raumschiff bleiben. Oder da direkt in der Nähe. Damit auf jeden Fall einer die Kamera retten kann. Also wenn das nicht bugt, wär's. Das ist wirklich das unangenehme Anzeichen. Ja, aber guck mal, wir haben 70.000 Aufrufe damit. Ja, ich weiß auch warum. Das hoffen wir jetzt gleich. Haut mir noch irgendwas in das Schrein, Alter. Und kill noch. Was ist das so schön? Ja, wir haben 72.000 Aufrufe. Gehen wir mal schlafen und löschen unseren Kanal, ne? Geil. Geil. Richtig gut. Una. Nice one, GG. Tja, so schnell kann das als YouTuber gehen, Chat, ne? Bist du im Hype, Alter? Hast die Karriere deines Lebens? Dann von einem Tag auf den anderen will dich einfach keiner mehr sehen. Karriere vorbei, keine Klicks mehr. Kanal gelöscht. So. Kein Lambo heute. Oh, guck mal, jetzt müssen wir nur noch drei Kammer. Cool. Scheiße, und schon wieder der Beginn einer sinnlosen Karriere. So, neue Karriere, neuer Kanal. Wie nennen wir uns? Die Versager. Herzlich willkommen auf dem neuen Kanal von Die Versager. Wir hatten schon mal einen Kanal, hat nicht so gut funktioniert, aber dieser wird gigantisch. Wir filmen paranormalen Scheiß. Ey, voll cool. Sind wir da nicht die Version 2? So. Jetzt aber. Ja, die... Die sind preis Trieber und ein Statist. Ich bin der Statist. Das Ding ist halt, in den ersten Runden dauert das halt super lange, bis ein Monster kommt. Am Anfang killt dich alle... Am Ende irgendwann tötet dich alles einfach One-Hit. Und am Anfang ist es richtig Krise, überhaupt eins zu finden. Hui. Ja, wir springen einfach runter. Wuhu. Aua. Fangen wir. Fangen wir. Ich hab ein Gim nicht gebrochen. Da ist irgendwo... Ah ne, das ist ja die Tür. Wenn wir zu weit reingehen, filmen wir den Ausweg nicht mehr. Vielleicht müssen wir ja nächstes Mal besser investieren in Granaten. Ja, ja. Wir brauchen da auf jeden Fall diese Festhalte-Schleimgranaten. Vielleicht gibt's auch noch was Besseres als diese Festhalte-Granaten. Oh, mitnehmen. Ach, das ist ein... Ich hab das auf Kamera. Ich hab das auf Kamera. Alter, wir werden sterben. Hier geht's. Weiß irgendwo einer noch, wie es wieder nach Hause geht? Ja. Gut, ich nicht. Im's hat doch immer Orientierung rum. Weiß nicht, ob das... Ich glaub, wir hätten einfach am Anfang bleiben, sorry. Ganz ehrlich. Da war das Süd... Jetzt kommt das erste Monster. Sicher. Ja, immer nach dem Süd-Verpanzer. Ja, gut, aber wenn das Süd-Verpanzer kommt, kann man auch einfach am Anfang warten, bis das kommt. Allian, was hat mich geraubt? Äh, Spinne! Oh nein, das ist eine Spinne. Ja. Jeder kann öffnen. Ah, da vorne, guck mal. Hinter dem Gitter. Wenn du jetzt rechts gehst, ist die Dreck. Nö. Doch, doch, doch. Oh, eine Spinne. Eine Riesenspinne! Oh mein Gott, eine Riesenspinne! Eine Riesenspinne! Okay, wo müssen wir hin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kamer, weißt du, wie wir wieder nach Hause kommen? Boah, ich muss nicht durch den Uhu-Kleber, ja. Warte mal, bist du... Aber ich muss durch den Uhu-Kleber. Das ist ein Spinnennetz, du Uhu-Kleber. Ja. Ja, ähm... Na ja, also das hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay. Ich hab, ich hab ein Rückgrat gefunden, falls du das filmen willst. Ein ekelhaftes Rückgrat. Das ist eine Wirbelsäule. Eine Wirbelsäule von irgendwem, der tot von der Spinne ist. Ihhh. Da ist irgendwo was. Na, guck mal. Irgendwas... Ah, da hab ich mich erschrocken, Alter. Da ist ja einfach ein Mixer angerannt. Schmeißt das auf dich. Es ist wieder ein Mixer. Ein verrückter Mixer, es ist Eva. Holy shit. Wie viel Film haben wir noch? 38%. Alles klar. Sollen wir da rüber gehen auf die anderen? Wo, wo, wo ist denn... Lass mal gucken, ob wir das Raumschiff finden. Da kommt gleich wieder was. Ja. Wir sollten aber schon gucken, weil hier draußen können auch welche spawnen, dass wir das Raumschiff schon mal finden. Ja. Ich weiß nicht, wie die Richtung das Raumschiff war. Ah, wir kommen auf der anderen Seite raus. Da vorne ist das. Ah, da. In dieser Folge scheinen wir es geschafft zu haben. Wir sind auf dem Weg zu unserem Raumschiff, um dieses Videomaterial ins Internet zu stellen. Denn wir haben den Beweis für die Existenz von übernatürlichem Leben. Laufende Mixer und merkwürdige Spinnenameisen. Ich musste noch ein bisschen irgendwas filmen, damit wir Werbung schalten können, damit wir einen Lambo und einen Ferrari kaufen können. Denn das ist unser Ziel. Deswegen die Glocke nicht vergessen. Wir haben nur Ems verloren. Übrigens haben wir Ems irgendwo da drin vergessen, aber am Ende des Tages machen wir den Kanal auch zu dritt weiter. Kein Problem. Tschüss. Der arme Ems. Goodbye, Ems. So. Dann brennen wir das mal. Illegale Raubkupil. Ich wurde nicht vergessen. Ich wurde getotet. Von was? Getötet. Von der Spinn. Herzlich Willkommen auf dem neuen Kanal von Diva Saga. Wir hatten schon mal einen Kanal, hat nicht so gut funktioniert, aber dieser wird gigantisch. Wir filmen Paranormal-Cheiß. Voll cool. Hier ist jemand gestorben. Hast du das auf Kamera? Ich hab das auf Kamera. Was nen Totenschick. Eine Riesenspinne. Oh Gott, eine Riesenspinne. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Ich bin wieder weg. Kamer, weißt du, wie wir wieder nach Hause kommen? Oh, ich muss hier durch Uhu-Kleber, ja. Warte mal. Ich glaube so, aber ich muss durch den Uhu-Kleber. Das ist ein Spinnennetz, du Uhu-Kleber. Ja. Ah, hier. Eine Wirbelsäule von irgendwem, der tot von der Spinne ist. Ihhh. Irgendwas. Ah. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Meine Güte. Schmeiß das auf dich. Es ist wieder ein Mixer. Ein verrückter Mixer ist es. Eva. In dieser Folge scheinen wir es geschafft zu haben. Wir sind auf dem Weg zu unserem Raumschiff, um dieses Weeding-Acheal ins Internet zu stellen. Denn wir haben den Beweis für die Existenz von übernatürlichem Leben. Ich muss über acht Minuten gehen, damit wir Werbung halten können. Ich muss noch ein bisschen irgendwas filmen, damit wir Werbung schalten können, damit wir einen Lambo und einen Ferrari kaufen können. Denn das ist unser Ziel. Deswegen die Glocke nicht vergessen. Ist verloren. Übrigens haben wir Ems irgendwo da drin vergessen, aber am Ende des Tages machen wir den Kanal noch zu dritt weiter. Chillig. 2.100 Klicks. Easy. Auf ganz entspannt. Auf den. Ich glaube, wir brauchen jetzt immer noch deine Taschenlampen und zu kaufen. Nee, also... Nee, ich glaube... Da steht noch eine. Auf der Veranda. Ich hab auch noch eine. Ich bin ja nicht tot. War nicht jeder so dumm wie du, Ems. Hast du noch eine Taschenlampe, Kammer? Ich hab eine. Ich wollte ein bisschen was erkunden und dann hab ich versucht, euch in der Herzen rennen. Hab geschrien. 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 Zeig mal den, das ist ein Brustkorb, oder? Geil. 500 Meter runterspringen! Huiiiiiii! Aua! Erstmal die Kanten mitgemacht. Oh nein, wir haben hier schlechte Erfahrungen. Zeig mal den Schädel. Ein Teddyschwein, das ist ein Teddyschwein. Teddyschwein, das ist ein Teddyschwein. Hallo, ist hier jemand? Irgendjemand. Helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich habe hier ganz schlechte Erinnerungen von Spiel. Hier waren wir, mein Gott. Sollen wir nicht einfach zurückgehen? Das kommt doch jetzt gleich aufgrund der Zeit sowieso ein Vieh. Dann sind wir näher am Ausgang. Weiß einer, wie es zurückgeht? Wir sind alle durchdrenniert und anliegen. Der Teddyschwein, genau. Wo lang? Hier lang. Ins Licht. Na ja. Na ja. Ja, aber es kommt gar nichts. Dann gehen wir mal da noch ein Stück. Kann nicht sein. War auch noch keine Musik. Okay. Ja, weil die erste Runde komplett dumm ist noch. Und danach überrennt sich einfach irgendwann alles. Ja, hier muss man noch richtig was für sein Geld tun. Ja, später kannst du einfach machen, was du willst und kriegst Aufrufe, ne? Aha! 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 Hilfe! Hier, schmeiß das auf, das Ding! Ich habe den... Ah, Hilfe! Hilfe! Schmeißt irgendwas da drauf! Rettet mich! Rettet mich! Gib mal deine Taschenlampe, damit du nicht weg bist! Das ist doch das Gelände! Das Gelände! Das Gelände! Scheiß auf dir! Ich gebe die Taschenlampe! Oha! Ich habe das Gelände geschmissen! Schade. Wir hätten bestimmt mehr Klicks gekriegt, wenn er gestorben wäre. Aua! Nun, ähm... Naja, vielleicht habe ich ein Problem. Habt ihr... Habt ihr das Geräusch gehört? Ihr habt gleich ein Problem! Ja, warte! Da kommen nämlich Branaten... Der Bomben-Dude! Ja, der Bomben-Dude ist bei euch! Hol mich mal schnell hier runter und wir rennen weg! Schmeiß mal das Ding! Schmeiß mal das Skilett! Schmeiß mal das Skilett! Hing das denn? Schnell, 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 schnell! Einfach mal aufrufe und Q drücken! Schnell, 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 schnell! Wir müssen mich hier runterwerfen! Wir werfen liebe... Wir werfen liebe Kloppte! Ist halt so doof! Lass mich das machen! Deine Stinker! Kriegt das hin! Jetzt war Ames auch geschafft! Perfekt! Machst du das so weiter? Dankeschön! Komm da jetzt weg hier! Ach, man kann glaube ich gedrückt halten, ne? Ähm, dass Q gedrückt halten! Wo geht's raus? Weiß einer, wo's rausgeht? Ja, hinter uns irgendwo! Ich bin ja hier durch und dann... Da war Musik, jetzt kommt der nächste! Nein, aber wir sind da nie lang gelaufen! Oh mein Gott, Alter! Wirklich, wir sind so vollidioten! Was ist denn mit euch? Du musst ihn runterholen, du kannst das! Aua! Ich... Wo ist meine Taschenlampe? Links zurück! Ja, hier dann! Kann du sagen, dass wir die Gegenstände lieber nehmen sollten und Monster damit auch wecken? Das ist auf jeden Fall falsch! Safe falsch! Ja, ich wollte doch durch die Doppeltür und dann wurde ich doch hochgezogen! Wir müssen doch zurück! Nein, du laberst Scheiße! Hier geht's lang! Kommt her! Sind wir da richtig? Ja! Und schon wieder... Holzkopf! Dankeschön! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Nee, rechts, rechts, rechts! Warte, da liegt noch... Oh, hier sind wir! Wir haben doch gleich keinen Sauerstoff mehr! Wir haben doch gleich keinen Sauerstoff mehr! Ich glaube, das ist aber ein länger Video! Hast du alles? Ja! Ich glaube, das wird ein richtig gutes Video! Jetzt kommt so eine Armee von links im Regen! Ich hab noch mal Rückgrat, falls du filmen willst! Ist das nicht eine Wirbelsäule, die Rückgrat? Ich hab auch eins! Wir können kämpfen! Wir können auch nicht das gleiche wie eine Wirbelsäule! Wir können die Schwerter kreuzen! Ja, dass der, der da ran gelegen ist, hab ich mir schon lange gedacht! Ja, also damit haben wir aber nach zwei Tagen die Aufrufe auf jeden Fall voll, denke ich! Safe! Also, das gibt auf jeden Fall 900 Klicks! Du kannst dich nicht selber zu einem Video machen! Oh! 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 Hol Popcorn! Und Bier! Oh! Das ist ein Fußgau, oder? Ich glaub ja... Irgendwer ist hier in... Huuuu! Aua! Zeig mal den Schädel! Hier sehen sie... Ich weiß gar nicht was sie sehen, weil ich sehe es selber nicht! Ein Teddy schweig aus wie ein Schwein! Das ist ein Teddy-Schwein! Hilfe! 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 Hier schmeißt das auf das Ding! Ich hab den... Hilfe! 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 Schmeißt irgendwas da drauf! Rettet mich! Rettet... Oha! Ich hab das Skelett geschmissen! Nee, wird nicht sein! Wir hätten bestimmt mehr Klicks gekriegt, wenn er gestorben wäre! Wunder! Wunder! Das ist immer noch witzig! Ja, vielleicht hab ich ein Problem! Wie ist da unten? Unser Kameramann! Unser Kameramann! Unser Kameramann! Habt ihr das Geräusch gehört? Ihr habt vielleicht ein... Warte! Oh mein Gott! Da kommt der Porten-Dude! Ich hab das draufgelegt! Schmeiß mal das Ding... Schmeiß mal das Ding... Schmeiß mal das Ding! Einfach nach oben gucken und Kuh drücken! Schmeiß, schmeiß, schmeiß! Wir werfen liebe Kloppte! Ist halt so doof! Lass mich das machen! Dann ist alles kaputt! Krieg das hin! Jetzt bleibt es auch geschafft! Ja! Wie machst du das soweit? Dankeschön! Mit Kuh, aber ich... Ach, man kann glaube ich gedrückt halten, ne? Und da... Komm hier hin! Komm hier hin! Wir sind so... Wirklich? Jetzt was ist denn mit euch? Du musst ihn runterholen, du kannst das! Aua! Ich... Aua! Ake! Und schon wieder! Holz kommt! Dankeschön! Tschüss bis... Ja, guck mal auf... Entspann, wir haben jetzt schon 4.000! Ja, aber dann lass... Gleich einfach schnell runter, hoch und fertig! Hast du dein Motto? Boah! Boah, wirklich! Kommt ihr schlafen? Nee! Ich schlafe nicht! Hä? Das hat ihn gecatcht, deswegen konnte er nicht schlafen! So, heute nur kurzes Video, denn wir sind heute ein bisschen kränklich und brauchen mal eine Pause! Ähm... Für Geld geht's uns besser! Deswegen, ähm... Jeder ein giftet Abonnement und dann sind wir schnell wieder auf den Beinen! Tja... Ihr habt ihr eine Laser-Show! Tja... 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 für deinen Rieser. Vorsicht, danke schön für einen. Hey, warte mal, da fehlt doch einer. Komm mit dir jetzt, sonst gibt's Krankenhausrechnung. Ja, okay, sorry. Boah, was ein anstrengender Tag, Alter. Ja, der war hart. Ich glaube, es noch, danke für einen. Das ist viel was Leid. Uuuuh. Oh, endlich sind wir zu Hause. Kannst du das noch bitte auf ein Video bringen, wie wir nach Hause ankommen? Du musst das Video... Oh, wir sind wieder da, wir gehen jetzt ins Bett. Ich freue mich schon auf dieses Video. Ich bin gespannt. Das ist so das beste Video, was wir je gemacht haben. Mit Abstand. So, heute nur ein kurzes Video, denn wir sind heute ein bisschen kränklich und brauchen mal eine Pause. Für Geld geht's uns besser. Deswegen, jeder ein giftet Abonnement und dann sind wir schnell wieder auf den Beinen. Ihr habt in der Lasershow. Okay, stopp. Vielen herzlichen Dank, ach, Annie, für fünf Verschenkte. Dankeschön, auch bärtiger Kauz für deine Gifte. Und machst du das jetzt noch fahren? Tschüss ab. Vorschein, Dankeschön für einen. Mal wieder was für dein Geld. Ja, der war hart. Schein mir. Der war hart. Der war hart. Wir haben es auch da gefallen. So, dann sind wir da, wir gehen jetzt ins Bett. Chilli, schlafen gehen. Die Leute gucken sich auch jeden Scheiß an. Danke für fünf. Danke für 20. Sagte er, während er heute schlechte Counter-Strike-Matches gestreamt hat. So, 39.000 Aufrufe. So, ich werde kurz Pipi machen. Sekunde. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute wird wieder spannend. Okay, ich komme noch mit rein, damit ich Pipi machen kann. Warte. Okay. Pipi machen. Okay. Pipi machen. Okay. Oh mein Gott, Ems, was hast du dort entdeckt? Oh, ein Schweinehase. Weißt du was? Was war das für ein Geräusch? Wo? Der hat gerade als Kruu gemacht. Kruu. Schon wieder. Was ist das für ein Geräusch? Hier, hier. Jetzt kommt was. Da war der Sound. Das klingt wie der Laserhund. Ich habe einen Kopf und ich traue mich, den zu werfen. Also irgendwo hier ist safe was. Wahrscheinlich muss die Treppen runtergehen. Oben ist ein Lasertyp. Da vorne ist ein Lasertyp. Was ist hinter uns? Hallo, Lasertyp. Was geht? Was ist denn hier? Hier war irgendwas. Äh, da kommt ein Laserauto. Ja, ja, ja. Der wird nicht der Laseraufwand. Hier war so ein Krabbel. Laserauto habe ich gerade mitgebracht. Da ballert ein Lasertyp auf meine Freunde. Werden sie das überleben? Das und noch viel mehr seht ihr in der nächsten Folge. Hier hin. Hier, 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 hier. Hier, hier. Ja, genau. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier, hier, hier. Hier musste lang. Hier, hier musste lang. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo, Laserhund. Ich bin hier drüben. Hier drüben. Oh, die, da schlüft eine Schnecke an meinen Freunden rum. What the fuck? Die gönnt sich erstmal eine Capri-Sonne. Ja, siehst du, dass eine Schnecke an dir rumschlürft? Okay, problematische Situation. Wir sind im Raumschiff, da vorne schießt ein Lasertyp und da ist eine schlürfende Schnecke. Ähm, du bist eine Schlürfende Schnecke genannt. Du bist eine... Haha, nein, ich meine, die schlüftende Schnecke ist die schlüftende Schnecke. Was ist denn, du, auf allen zu? Wie ist das Gesicht? Also, ich habe das Gefühl, dass die schlürfende Schnecke in... Na ja. Okay. Ich glaube, Tinker ist tot. Oh, ich auch. Ich bin tot. Aber legt die Kamera jetzt vielleicht in der Kapsel? Das ist eine gute Frage, wo jetzt die Kamera ist. Wir werden die Kamera auf jeden Fall brauchen, wegen der Schlürfschnecke. Ist unsere Rechnung teuer, er werden was kaufen sollen und irgendwo hinlegen müssen. Kamera-Aftware. Ja, da hat ja keiner gedacht, dass wir in so einer Early-Runde verrecken. Die Kamera ist aber hier. Die Kamera ist da. Die Kamera ist da. Geil. Die Taschenlampen auch, oder? Ja, ja. Hallo, Ems. Was denn? Klaust du mal eine Taschenlampe? Ich habe keine geklaut. Kannst du dir aber haben. Wollt ihr, die da auf dem Boden lag? Da langt zwei. Da, hier. Nimm sie nur. Nein. Jetzt will ich die auch nicht mehr. Komm mal, du wirst gleich so lachen. Jetzt sind die Taschenlampe toxisch. Okay, pass auf. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute wird wieder spannend. Oh mein Gott, Ems. Was hast du dort entdeckt? Oh, ein Hasenkopf. Schweinehase. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, ganz fies. Was ist hinter uns? Ganz fies. Hallo, Laser-Tief. Was geht? Ich wollte nicht mit dir. Hier war irgendwas. Da kommt ein Laser-Auto. Nicht der Laser-Auto, hier war so ein Krabbel-Dude. Laser-Auto habe ich Krabbel-Dude gemacht. Das ist ein Laser-Typ auf meine Freunde. Werden sie das überleben? Das und noch viel mehr. Seht ihr? Hier, 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 hier. Hier muss ich nach. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo, Laser-Hund. Ich bin hier drüben. Hier drüben. Da schlüpft eine Schmecke an meinen Freunden rum. What the fuck? Wo schlüpft? Das gibt ja gar keine Klicks. Hast du mich schlüpfende Schnecke genannt? Du bist nicht. Nein, die schlüpfende Schnecke ist die schlüpfende Schnecke. Hast du den Dude auf allen Krippen auf den Kopf aufgeliebt? Du hast nicht gesehen. Nein. Aber du hast scheinbar die Schnecke nicht gesehen. Leg dir mal hier meine Taschenlampe hin und dann fliepst du nicht sterbe. Hey, das hat gar keine Klicks gegeben. Das gab keine Klicks und wir haben fast all unser Geld verloren einfach, weil alle gestorben sind. Wir müssen das Geld ausgeben. Für... Tänze, Radio... Ja, irgendwas, was bleibt am besten. Lass Tinker am besten wieder das Radio nehmen. Das hat richtig gut Klicks generiert. Wenn du die... Views gesehen hast, dann hast du gesehen, wenn ein neues Monster kam, gab es richtig viel Klicks. Aber umso länger das ging, umso weniger hat es gebracht. Hm. Oh, in der Taschenlampe, ich habe hier noch. Ich glaube, am besten ist es halt viele und dann kurz halt nur. Am besten ist es nicht eine Stunde scheißen zu gehen mitten in der Runde. Musst du aber toll. Ja, offensichtlich. Was ist das? Eine Klebegranate, nimm mich mit. Alles klar. Wo ist denn Tinker jetzt? Wo ist Tinker? Hä? Ah da, da kommt sie doch. Ich sag doch, sorry, ich musste kurz was beantworten. Habt ihr mir mein Radio? Was musst du beantworten? Das ist einfach ein iPod. Andreas hatte uns geschrieben. Habt ihr noch einen Taschen? Ja, ich habe einen iPod. Keine gejobbt, die ich hatte. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ach ja, so. Komm. So, morgen, Bock, fest, 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 fest. Bühne. Mh, wann denn? Wahrscheinlich vor 18 Uhr, ne, Ding? Ja. Können wir machen. Hier liegt noch ein Mikrofon. Oder nimm mit. Hä? Musst du? Wer möchte das? Ich denke jetzt in die Mitte. Digger, Digger. Willkommen auf unserem Kanal. Heute wird ein Banger-Video. Oh, da kommt so ein paar Box-Säcke. Häääää! Danke. Hier sehen Sie ein Box-Automat. Hier kann man ungefähr ins Essen. Bruder, das ist kein Box-Automat. Das ist für Bumsen. Aua, das ist zu weh. Aua, ich bin stuck. Er ist stuck. Aber hier ist nichts. Oh, step, Bro. Er ist stuck. Das ist die Jump in Run, wenn man da wohnt. Wo sind die anderen? Da sind wir. Oh, hier, komm, 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 komm. Wir müssen hier hoch. Aua, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, sonst tötet es mich. Was ist da oben? Geh mal hoch und guck. Okay. Komm, ich fahre raus. Dieses Radio. Oh nein. Was ist denn dort? Da war so ein Vieh mit Augen. Ein Vieh mit Augen. Ich höre nur irgendwie schlippen. Oh mein Gott. Da ist es, denn die Bruder kommt um mich. Er hat ein Auge, er hat ein Auge. Oh, aua. Oh nein. Oh nein, nicht ich. Oh, ich bin tot. Oh, okay. Das war's dann. Ihr habt doch Kledegranaten, Mann. Habt die Kamera, habt die Kamera. Ja, lau, 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 lau. Lau, 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 lau. Alter, das ist, also, das gibt nichts. Wir haben noch nichts gefilmt. Und es sind schon zwei tot. Sind die anderen tot? Das erste Video gab auch keine Klicks. Also, es ist, die Runde ist verloren auf jeden Fall. Und dann gehen wir nochmal hoch und fühlen die Toten. Dann musst du das Mikrofon nehmen. Oh ja. Ey, nicht unser Tag in Content Warning. Ja, der hat gleich zwei Kanäle gegen die Wand gefahren. Junge. Dabei war das beim letzten Mal, lief es so gut. Film es. Film es. Wir haben hier den Mixer, der ist sehr gefährlich. Er kriegt mich nicht. Oh, er hat mich. Nein. Und mich dann tötet. Ich will ihn mir einfach noch ein bisschen auf, damit wir noch ein bisschen aufnehmen, weil wir noch so viel Kameraplatz übrig haben. Hallo, du mutterliches Ding. Ich habe ein Problem. Wenn das hier reinkommt, tötet es mich. Deswegen mache ich jetzt die Türen so. Boah. Okay, okay, ich bin noch nie gefahren. Ich bin noch nie gefahren, ich bin noch zurück, noch zurück, noch zurück. Es ist hier drin, es ist hier drin. Imagine, dass ihr jetzt mitgekommen einfach. Imagine. Der Mix geht jetzt rum erstmal. War Schlo gar nicht tot? War Schlo nicht tot? Doch, ich war tot. Alle tot. Alle tot außer mir. Ach so, weil ich keine Krankenausrechnung für Schlo bekommen habe. Ich mache zu, bevor es reinkommt. Hat mich erfolgt. Dann hast du es mitgebracht. Das hat sehr gut funktioniert. Dann schauen wir mal. Ich glaube, der letzte Tag muss ein Banger werden, ne? Willkommen auf unserem Kanal. Heute wird ein Banger-Video. Oder das ist kein Box-Automat, das ist für Wumpsen. Oh, aua. Oh nein. Hier, bei uns. Filme es. Filme es. Wir haben hier den Mixer, der ist sehr gefährlich. Nice Commentary. Ausgewicht. Nein. Ich sage mal, ich habe Angst, dass es hier hochgerannt kommt und mich dann töttet. Ich nehme einfach noch ein bisschen auf, damit wir noch ein bisschen aufnehmen, weil wir noch so viel Kameraplatz übrig haben. Hallo, du grüßendes Ding. Ich habe ein Problem. Wenn das hier reinkommt, tötet es mich. Deswegen mache ich jetzt die Türe zu. Oh. Okay. Wie fahre ich? Ich bin in die Gefahr. 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 Es ist hier drin. Es ist hier drin. Also wir können die Runde schaffen. Das ist ein Wenger-Video gewesen. Also wir können das... 15k, 15k, gar kein Problem. Ja, wir nehmen jetzt gleich noch eine Tanzmeld und einer tanzt bitte. Mal schauen. Ich fand uns großartig. Ich war nicht so lange dabei bei der Runde. Für mich ging es so. Das war auch halt wieder so ein Vieh, weißt du? Das ist ein One-Shot. Das ist halt... Keine Ahnung. Klebegranate und ein Tanz vielleicht? Karma, Komma. Ja. Stell dich mal an die Leinwand. Erzähl mal einen Witz. Raubisch und Flaubisch ist schon auf den Baum. Flaubisch fliegt runter. Wer bleibt übrig? Flaubisch. Du bist einfach... Karma, hier den Tanz. Einfach dritte Klasse, Alter. Was warst du? Hier, Tanz. Ich bin eher so der Sportliche. Gesundheit. Danke. Ja, sollen wir da wirklich runter gehen? Ja! Euroträglich, Euroträglich! Wir werden nie mehr wiederkommen. Schade. Wir werden sterben da unten. Da oben stehen? Da unten ist so gruselig. Ich will halt nicht riskieren zu sterben. Sterb schon nicht. Und oder nicht mehr zurückzufinden. Da ist ein Geräusch. Da ist irgendwas. Ja, aber wo? Ach, da. Ja, natürlich. Was bist denn du, Alter? Oh Gott. Ah, eklig, 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 eklig. Was bist du? Holy shit. Ja, das ist total widerlich. Guck mal, wie es aussieht. Äh, ja, du hast mich gefliegt. Ich mach es, ich vertreib es mit Sport. Lö, 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 lö. Alter, hier, bring den mal hier rein, bring den mal hier rein. Der besteht nur aus so Lippen, Alter. Guck mal, der Stuck, der Stuck. Der ist einfach Chiara Ohohofen. Oha, oder? Äh, mich fickt grad irgendwas anderes noch. Ja, das, was uns alle one-hitted. Ähm, Problem? Wo lang? Ja, jetzt ist... Ich weiß nicht, wo es rausgeht. Wo geht's? Weiß er da noch, wo es rausging? Gar keine Ahnung. Ja. Ja, aber wir sind ja irgendwo runtergegangen. Dann kann ja eine Etage höher zu gehen nicht so verkehrt sein, oder? Aber meine Lieblingsetage da oben oben. Ja. Ah, nein. Ah, nein. Ah, ich bin gestolpert. So, wir hätten den Ausgang gefunden. Hier ist die Kapsel. Aber wir haben noch ein bisschen Material. Filmen wir noch ein bisschen den Teddybär. Das ist ein Teddyschwein. Sieht ein bisschen aus wie Ems im Relief. So, wir haben noch 29 Prozent. Vielleicht können wir hier noch am Ausgang irgendwas... Ist hier Ausgang? Der Ausgang ist hier hinter uns. Da vorne ist unsere Kapsel. Ah, weil da unten... Ich hab mein Radio verloren. Kannst du zurück in das Hole? Äh, nee. Nicht so gerne. Aber ich kann ein bisschen Sport für euch machen. Wir können gemeinsam Sport machen, wenn ihr wollt. Ich will hier eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Für die... Die ein bisschen... Warum hast du denn Radio verloren? Du bist gar nicht, Tinker. Du bist gar nicht, Tinker. Oh, oh. Oh mein Gott. Wo ist das? Tinker, stütt. Ich will's filmen. Tinker, stütt. Ich will's filmen. Ich will's filmen. Du mich auch. Warte, warte. Ich werde mich auch krass. Nein, komm rein. Hol das Radio. Okay, tschüss. Du schießt hier nicht. Da musst du mir Radio auch nicht holen, was soll ich sagen? Ja. Ja, gut. Aber das jetzt holen, das wäre ja super risky gewesen. Das Video wird unser Durchbruch. Äh, äh. Ich glaube, ich bin auf dem Baum. Ich glaube, ich bin runter. Wer bleibt übrig? Traumig. Ach, da, ja. Natürlich. Du, Alter. Oh Gott. Ah, eklig, 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 eklig. Bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Es ist ein riesen Monster. Das ist der Freeze. Mit einem kleinen Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. what is happening? Ah, hier, das filmen Sie mir. Alter Blä, Adrian. Wir sind dabei jetzt hier. Bring' den mal hier rein, bring' den mal hier rein in die Suppe. Egal, der besteht nur aus lippen wie ein Lippen, Alter. Guck mal der... Da ist einfach señora Ohno. Die lippen sitzen doll oder? Hör hinter uns noch Wonshotzi! Ja, das was uns alle wanted to do. Ähm, da ist hier. Problem? So, wir haben den Ausgang gefunden. Hier ist die Kapsel. Aber wir haben noch ein bisschen Material. Filmen wir noch ein bisschen den Teddybär. Das hieß ein Teddyfrau. Nein! Sieht ein bisschen aus wie Ems im Spiel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Warum hast du denn Radio verloren? Hier ist es! Oh Gott! Oh mein Gott! Lauf rein! Lauf rein! Wo ist das? Das ist gut! Der stirbt! Ich will es filmen! Du mich auch! Warte, warte! Ich werde mich opfern! Nein, komm rein! Ja, das war ein Banger Video. Auf ganz entspannt. Der Verrat ist nicht mal auf Video. Aber Karma muss auch um 18 Uhr weg. Sollen wir dann einfach beim nächsten Mal die Runde weitermachen? Ja, wenn das reicht, dann ja. Können wir machen, ja. War es heute nur eine kurze Runde, sorry. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal dann auch die 300 fertig. Und verlieren nicht alle Kameras direkt. Deal! Einfach die Mille vollmachen beim nächsten Mal. Easy! Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zurück auf Spooktube! Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017